Zerfuß, Leute! So, diesmal haben wir wieder was von der Kolle da. Da die Kolpo... Kolpo Dunder. Kolpo Vata. Was Büro-Rebells. 20 Stück sind da rein. Schauen wir mal, was da oben steht. Geyscha. Geyscha Büro-Technik. 16 Gramm. Ja, schauen wir einfach einmal, oder? Schauen aus, wie... Darf ich den Dämagen schalten, bitte? Ja, fast, dass wir so drüber hin und zurück. Aber machen wir auch. Ja, massiven Pappelsen eigentlich. 0,8 Gramm. Und... Donerde. Probieren wir einfach einmal an. Schmeiß runter. Oha. Schnipselböller. Ja. Na ja. Dann hauen wir mal alles raus hier, oder? Ich bin bereit, oder? Wie geht's? Jo. Oh. Fast in die Eier, hey. Bäh,Australien. Hi. Sie kommen... Oh. Die schießen immer. Die stopfen. Ach, geil. Also, das ist ziemlich traces. Das war gar nicht einmal so schlecht. Wehtun sie auch. Ja, wenn du sie abkriegst, dann ist ja voll ja viel weh. Ja, sind ganz lustig, aber das war's dann auch schon. Also bis zum nächsten Mal und Zaufuß.